Nein! Ach, der lebt noch. Aber er steht nicht auf. Sag, Rudi, das hat er mit ihm reingefahren. Schau, schau. Schau, schau. Aber ich vermute, dass er da ist. Ich sehe es nicht. Das ist eine große Herausforderung. Wo ist das hin? Der würde es einfach sagen. Ich glaube, wie kommen wir hier runter? Wir kommen im Moment gar nicht runter. Aber selten muss sie verletzt oder kaputt sein. Geht! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank.